ja sag ich doch jamaoka anwesen ich habe es genau gewusst und das mit der jägerin ich mag diese mit mich also nicht im dunkeln da wird sich jetzt der twitch typ gejagert haben ach du scheiße naja ich habe leon gejagd leon ist dann natürlich zu den twitch typen gegangen ja ich hab dann halt beide umgehauen warum soll ich jetzt noch mal ein laufen lassen jetzt habe ich alle vier weg es wäre jetzt schwachsinnig gewesen also jetzt noch mal laufen zu lassen nur damit hat in also habe ich ja alle vier geholt schon mal gucken wird irgendjemand lärm gemacht ich habe viermal schillhund hmm Ich bin wieder klein. Es ist aber nichts Neues. Hallo, Clodet. Wenn ich jetzt wüsste, wo die hingelaufen ist. Okay, da war gar keiner dran. Ist das der Typ richtig rum geflucht hat eben und mich beleidigt hat vermutlich. Keine Ahnung. Der hat schon als Streaming Titel, wer nicht reinkommt ist gay. Ach, sind Deutsche auch noch? Ja. Schade. 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 So, die liegt. Ach schön, der ist offline gegangen gerade. Nach der Runde gegen dich würde ich auch offline gehen. Schade. Nein. Ach, Mann. Ah! Oh, das war knapp daneben. Hallo Jill. Zwei Cent durch. Warte, Lori. Okay, gut, sind die jetzt auch nicht, aber es geht. Ey, der hockte da jetzt auch richtig demotiviert am Stream. Aber er hat mich nicht beleidigt oder so, er hockte da einfach nur sehr emotionslos. Okay. Oh, schade, ich hätte jetzt bestimmt das Blaue getroffen. Ach, das sind ja zwei Jills. Oh, schade! Oh, wie schnell man doch als Jägerin ist, ey. Oh, wie schnell man doch als Jägerin ist, ey. jetzt auszubauen das nervt mich ich hab gottse dank die richtige erwischt glory hängt auch ab wenn ich direkt daneben stehe ja Nee, vier Gens sind's nur. Heeeh, heeeh. Oh, schade. Die hat überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Oh Gott. Oh, was ist denn mit mir los, ey? Jetzt aber. Ich treffe wieder keine Leute, ey. Die ist sogar tot. Ich glaube, mit der Jägerin könnte das sogar relativ unheimlich werden. Bei dir weiß ich, dass die noch nicht hängen. Seien wir, die anderen Band sind jetzt drüben? Ich habe so ein Drusker jetzt echt nur auf 48 geschafft. Wie 48? Achso, mit dem Geld jetzt meinst du oder was, ne? Ja, ja. Oh Gott. Das wird verrührend. Also da kann mir jetzt wirklich keiner was vorwerfen, wenn ich da irgendjemanden anhake. Weil zwei von drei sehen auch gleich aus. Ja. 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 Ja, die guckt die ganze Serie schon da hinten. schade ja gut ich kann auch mit dir ein bisschen spielen ach ich hab schon wieder längst kurz hatte mich jetzt verarscht aber so nicht ach die haben wir da hinten gemacht doch da hinten hier mal gucken ob sie den anderen daneben ok zu finden ist aber auch nicht leicht also eine davon da bist du in der ecke da kommt es nicht weit und du kannst immer glücklich sein adrenalin wird keiner haben ok da ist die andere ja sag ich doch die hat einfach abgehangen ach geh weg jetzt hab ich die lorry verloren weil die andere sich ja zwischendurch gerannt hat man hört sie ja auch nicht sie ist ja auch nicht verletzt ja die andere muss sie irgendwo geheilt haben ich will das so einfach von whisker die fähigkeit einzusetzen ja hängst du da einfach ab du bist ja auch doof hängst du da einfach ab du bist ja auch doof oh gott war da schlecht guck mal jetzt hätte ich schon wieder zwei gleich mitnehmen können aber ich habe es halt wieder weil die haben direkt wieder abgehangen also ich hätte gleich beide wieder aufhängen können aber ich habe mich halt wie das killer wirklich im hohen rang machen die dann sagen auch ne ich scheiß darauf oder ob die wirklich noch fair play machen oder oh gott habe ich aber immer die drüben gibt es doch gar nicht wo ist die jetzt hin ich hatte sie ich hatte alles ach komm ich hasse alles komplett zurück ich hatte diese drehungen die die dann immer machen gerade mit den spiele hier ne also hätte ich wirklich durchgezogen würden die nicht ein gen fertig kriegen gerade ok ist tot hat jetzt nicht geheilt und die ausgänge sind aber richtig kacke die ausgänge kann ich nicht verteidigen nicht im dunkeln buch hallo lory Och, jetzt krieg ich auch noch eine Endes drauf, ey. Ja gut, aber sie weiß ja Gott sei Dank nicht, wann der Timer zu Ende ist. Ja, Wahnsinn, das ist wirklich die... Also, wie ich mit denen spiele hier. Oh, ich höre sie jetzt nicht. Ach, hier. Oh, heute mal auch um mich rumzutanzen. Geht auch. Ich weiß nämlich nicht, wann der Timer zu Ende ist. Ich hoffe, ich krieg sie noch in den Haken. Ach, die wäre auch tot gewesen. Okay, dann ist es ja egal. Mit der Jägerin finde ich es nicht so einfach. Aber es geht. Es ist mündlich. Selber schuld, wenn du mich blocken willst, Mädchen. Hier in den Keller, das vergesse ich immer. Egal, ich bring sie da hinten. Ich bin ein Ping, Kate. Ach so, stimmt. Die Mädels haben ja alle keinen Sprintboost. Das blockiert mich natürlich der Zombie hier. Ach, hallo, Jake. Jake, da liegst du wieder. Ich bin relativ schnell aus den Augen verloren. So. Keine Ahnung, wo der Keller ist. Doch der Keller müsste hier sein. Ja, hier ist der Keller. Weiß ja nicht, was mit Resker smarter ist. Ob man erst die Fähigkeit nutzen soll, um die auch zu infizieren, falls dann doch abhauen. Ja, natürlich mache ich meistens eigentlich immer, ja. Mit Nemesis hast du natürlich immer diesen Vorteil. Scheiße. Äh, die Zombies halten die natürlich. Oh, zwei Gents sind durch. Äh, ich habe keine Ahnung, wo die war. Hier runter in den Keller ist er nicht gegangen. Das ist in der zweiten Phase. Der wurde abgehangen. Ich brauche doch nicht mal meine Fähigkeit, äh, für die. Ach, Leute, ich bin doch noch direkt hier. Keine Gnade mehr, das ist mir alles zu viel heute Abend. Verstehe ich. Ja, tut mir leid für dich, ne? Hexen noch mal ein zweites Mal. Tja, da lassen ich den auch noch im Stich. Das war gerade der Einzige, der noch an dem Haken dran war. Äh, äh, stand. Oh, das ist ja letzt. Und weggezogen von der Kiste. Du kriegst auch komischerweise keine Blendungen. Mit so ein bisschen Blendgranaten oder so hier. So kriegst du das nicht ab. Eigentlich müsste ich die drei, äh, warte mal zwei. Ach, sie hat sich gefreut, weil sie einen Erste-Hilfe-Koffer gefunden hat. Warte, ich hab's ja gefunden. Haha. Da hinten ist ein Survivor. Ja. Lassen wir mal in Ruhe, da ist genug gelitten. Sag mal, gibt's hier zwei Kette-Eingänge? Anscheinend gibt's in dem Modus jetzt über Larrys zwei Kette. Oder ist das jetzt gerade ein Fehler? Hm, nee, oder? Vielleicht wird's nicht gerade nur. Nein, ich hab hier wirklich zwei. Einen in der Mitte und einen in der Bibliothek. Äh, ja wirklich? Da ist ein Zombie. Schade. Schade. Stufe zwei. Oh, hat ihn sein Zombie umgehauen. Oh, der ist tot. Hier geht's nicht lang. Muss nachher mal gucken, wenn ich... Ich glatt's mal hoch. Ich bin mir tausendprozentig, dass es zwei Kerle-Eingänge gibt. Nee, ich muss erst mal hier zu dem Glenden. Häh. Hm. Oh. Ah! Ach so, ich bin schon Stufe 2, das ist ja schön. Ah, die hat sich die Spritze gezogen. Oder bist du wieder infiziert? Sind glaube ich nur noch die 3 sind es, oder? Ne, 4 sind es noch. Schade. Was ist denn mit mir los? Besser. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Da ist der Tobi, Junge. So, haben wir schon mal zwei hintereinander weg gemacht. Das ist gut. So, zum nächsten Gen. Okay, die sind alle auf Null. Wer ist auch auf Null? Ich will ja, dass sie abhängen. Schupe 3. Ach guck, da ist er. Der letzte. Der letzte. So. So. Ah, hier wäre da... Doch, die Luke wäre ja sogar gewesen. Oh, das ist ja richtig bitter, ey. Oh, und somit haben wir wieder alle vier. Oh Gott. Das sind ja so farb. Ich kann doch mal schon mal los sein. Doch, so ja. Der erste. Der erste. also es ist halt schon hart wenn du überlegst dass hier halt wirklich nur chancen zum abhauen geben ja das bräuch ist ich brauche eigentlich kate das ist die einzige noch gar nicht hing darf hier war schillernd ich bin jetzt über 3 okay hier steht ich hab's mit der faust bei einem system ich hab's wirklich offenbar und war dass man nicht aufhören sollte wenn man so einen run hat aber ich glaube ach man jetzt bin ich zu nah an die palette gegangen zum biebel ich habe es geaufprästig eins Da ist die Eule. Aber die muss auf jeden Fall noch hängen. Ich hätte jetzt nicht gesluckt, aber es ging jetzt nicht anders. Ach, die hänge auch schon einmal. Da ist Steve. Die springen wir, glaube ich, in den Keller, wenn ich es schaffe. Irgendwie in den zweiten Keller. Ich wusste zwar nicht, dass es zwei gibt, aber es könnte wieder ein Double-Fib gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen. 35.000 plus 17. Ja, das war ein Double-Fib. Gold 3. Ich habe halt jetzt keine von meinen Rescue-Runden aufgenommen. Ach, naja, gut, man hätte natürlich jetzt auch im Voraus, also ich mache das jetzt auf jeden Fall, ich sage mal, wenn ich denn mal wirklich irgendwas habe. Und ich sage mal, vielleicht kann man das ja auch irgendwie so nennen, so auf dem Weg zum Schillern. Ich habe das ja mal auch anwesend. Ach, du Scheiße. Ich habe das ja auch anwesend. Ich habe das ja auch anwesend. Mit Allworld Westar. Und gegen die Wand gepäppert. Das ist so toll, ne? Ja, ich liebe dieses diese Attacke. Oh, ich ehrlich mich aber gut hin hier. Ich weiß gar nicht, welcher die dieses höchste Level hier hat. Na ja, es ist dann alles durch. Zweite-Gen ist durch. Juhu. Wo ist die hingelaufen? Ach, da. Ja, komm, jetzt geh mit mir in die Kinderhütte. Da hast du es ja voll drauf. Och, die habe ich jetzt, die habe ich jetzt nicht nur ein Hitty gegeben, ey. Die Jens da hinten will ich eigentlich gar nicht. Die sind viel zu weit. Dafür dürfte aber hier niemand mehr anwesend. Ja, hier sei es. Ja gut. Die halten mich hier sehr gut hin. Die halten mich hier extrem gut. Und auch die Jens da hinten haben sie sogar gemacht. Das habe ich verloren. Die Jens sind viel zu weit auseinander. Das kann ich gar nicht verteidigen. Das kann ich gar nicht verteidigen. Nee. Die sind viel zu weit auseinander. Die sind viel zu weit auseinander. Die Jens sind viel zu weit. Die Jens sind viel zu weit auseinander. Die Jens sind viel zu weit. Die jensten viel zu weit. Und das ist sicher, das ist doch eine Jens aus der Hand. Die Jens sind sehr gut. Die Jens sind viel zu weit. Das ist die Jens da. Der hing leider auch noch nicht, was jetzt gleich ein Problem darstellt. Das muss ich slangen. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ach, schade. Aber wenigstens sind das alle verletzt. So, die ist das zweite Mal. Wo läuft der denn hin? Das ist ne Bunch. Die erste haben wir schon mal. Ach, die haben erst den da hinten gerettet. Ne, doch nicht. Okay, sie haben sie gerettet zuerst. Oh. Ne, komm. Ich bin wahrscheinlich wieder zu nett. Ich könnte sie jetzt auch umhauen können. Ach, warte mal. Ich habe alle vier. Ich habe gar nicht bemerkt. So, ich habe wieder alle vier gekriegt in der Runde. Obwohl da so hohe Christi-Spieler dabei waren. Scheiße. Ich habe auch wieder zweimal schillernd gekriegt. So, sie ist tot. Okay, jetzt ist es nur noch einer. Okay, der und die beide im Haus. Beziehungsweise am Haus. Die beide laufen aber gar nicht erst. Okay, die haben sich erst mal hochgehalten. Okay. Okay. wir können auch dich nehmen ist kein Ding jetzt muss ich schnell zum haus in der hoffnung dass da jetzt nicht irgendjemand sitzt und den Jen macht warum treffe ich den nicht jetzt der ist tot da ist der andere Jen ach da hinten ist der andere Jen ich sehe wieder nichts ist also nur noch Ace und Adam übrig schlecht sind sie nicht also die machen gute Rehungen hier ist wieder Du kriegst erst mal nur einen Hit. Ich werde dich bestimmt nicht da ein paar Folgen wünschen. Ich krieg dich kotzen. Jetzt aber. Achso, du warst hier im Gebüsch. Interessant. Hier ist es, wo es ist. Was? Ich hab die nicht erwischt? Ich hab den gar nicht erwischt. Wie könnte mir das denn passieren? Ich bin zu dumm. Das lässt sich leider nicht zu, Adam. Ich bin zu dumm. Das gibt's doch nicht. Das ist gut, äh. Der hält mich hier schon ewig hin, äh. So jetzt nicht mehr. Hm? Offen, die ich eigentlich haben müsste. Was sind Tropfen? Ich hab noch Trophäen offen, die ich eigentlich haben müsste. Das kenn ich. Was wie, äh, dass man in einer Runde alle vier Survivor kriegen soll. Äh. Ich hab ihn hier doch gerade gehört. Jetzt suchen wir erstmal die Luke. Da ist Adam. Und dann mit einer Tod. Auch mit höheren Rängen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt offline gehen wollen. Na ja. Ist ja in Ordnung. Da werde ich wirklich früh aufstehen. Das hat sie jetzt in mir schon seit Tagen. Ja, aber ich muss auch mal. Na ja, ist ja in Ordnung. Soll ich dich vielleicht mecken? Mit einer Nachricht oder so? Ich soll selber erst um halb elf auf... S� appel, die... Hör, hör, hör! envör. Du haben ins座en Ab槽 gelaa. Das ist normale.